Oh yeah, 2020, Hashtag Frühling, dieses Jahr sind statt draußen wir nur drin. Denn wenn die Wandtapete weiß, wie sie leuchtet, so wie die Sonne im Sommer draußen, feuchtes Wasser im Freibad, haben wir dieses Jahr nicht, drin bleiben wir's Pflicht. Doch wenn wir uns dran halten, schützen wir die Alten und Kranken, Schwestern und Brüder der Nation, du weißt es sicher schon. Und dieses Jahr zu Ostern haben wir Ruhe vor, der nervigen Familie, die uns fragt, was wir beruflich erreicht haben. Und wenn alles gut geht, dann geht es bis Weihnachten, dass wir die Scheiße uns nicht mehr anhören müssen. Oh yeah, 2020, Hashtag Frühling, statt stets in den Puff zu gehen, haben wir einen kostenlosen Pornhubzugang. Statt einer teuren Frau gucken wir uns einfach tausende an. Die Digitalisierung macht so viel möglich, wir müssen nicht zu unseren nervigen Kollegen. Stattdessen sitzen wir im Korb ohne Hose und reden nicht mit diesen Spassen. Wir lassen uns von der Hausarbeit ablenken, im Sommer sieht die Wohnung dafür aus wie geleckt. Oh oh oh, der Topf ist so sauber, aus dem kann man essen. Es ist so geil wie noch nie, es gibt keinen Grund mehr rauszugehen. Es ist so geil wie noch nie, und dabei nicht mal schlechtes Gewissen. Ich bleib zu Hause wie durch ne Drehtür. Seh wie ich zu Hause sitz, du Mensch. Draußen ist es warm, aber drinnen ist es kühl, wäre ein Schrank. Manche Menschen glauben nicht daran, aber es ist halt ein Fakt. Oh, jetzt hab ich gespuckt.